Mit diesem Aufzug wirst du ins Gefängnis gehen. Ich habe beschlossen, den unteren Schichten ein gutes Beispiel zu geben. Es ist Zeit, meine liebe teure Rosalinde. Oh, mein arme Grabier. Nein, 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 nein. In solcher Situation hat man nur die Wahl, entweder vor Schmerz zu vergehen oder sich rasch voneinander loszuweisen. Reißen wir uns los. Unmöglich. Ich werde die ganze Nacht ruhelos durchwachen. Und ich, ich werde sicher auch kein Auge zu tun. So muss allein ich bleiben, acht Tage ohne dich. Wie soll ich dir beschreiben, ein Leid so füchterlich? Wie werde ich es ertragen, dass mich mein Mann vergiss? Wem kann man neidisch klagen? Oh Gott, wie rühlt mich das? Ich werde dein Gedicht des Morgens mein Kaffee, wenn ich dir ein Will schenk. Die Leid so füchterlich kann keinen Gruß erheben, aus Jammer werde ich gewiss in Schwanz und Beter dringen. Oh Gott, wie rühlt mich das? 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 Und singt gar nicht geschleier. Gibt's wie mir, wie rühlt mich das? Mein Schmerz will mich das? Oh Gott, wie rühlt mich das? Oh Gott, wie rühlt mich das? Oh Gott, wie rühlt mich das? Was soll das klagen frommen? Den Kopf will ich nicht schier. Mein Kopf ist brand benommen, denn meine Farbe hä. Es gibt ein Widersinn, es gibt ein Widersinn. Es gibt ein Widersinn, oh Gott, wie rühmt mich dies. Oh Gott, wie rühmt mich dies. Oh je, oh je, wie rühmt mich dies. Oh je, oh je, wie rühmt mich dies. Oh je, oh je, wie rühmt mich dies. Untertitelung des ZDF, 2020